Bootcamp beigebracht haben. Zuerst den Kommandanten ausschalten. Kommandant? Hallo? Kommandant Mannheimer? Kommandanten haben wertvolle Dokumente mit Enigma-Codes dabei. Mit gesammelten Enigma-Codes steckst du streng geheimen und nützliche Informationen deinen Bezirk auf, den der Kommandant kontrolliert hat. Du kannst Codes dechiffrieren, wenn du Zugang zu einer Enigma-Maschine hast. Geheimnis. da jetzt kann man die nicht mehr kurze positionen sind immer die neue wahrheit spielzeugersteller eröffnet filiale in roswell wie gestern bekannt geben wurde öffnet er angesehen und vor allem für seine elite hans reihe bekannte staatliche zugelassen hersteller klassen spielzeug in kürze ein großes landgeschäft in roswell seit der befreiung amerikas ist roswell zu einer erbaulichen erfolgsgeschichte geworden äußert sich dazu ein sprecher telefonisch die leute hier brauchen einkaufsmöglichkeiten für dinge mit denen ihre kinder auf eine art und weise spielen können die die treue zu unserem land und unserem geliebten kanzler möge ewig regieren fördert die berühmte supergruppe die käfer befinden sich im rahmen ihrer tournee durch die amerikanische gebiete die im mediengebäude von los angeles mit einem auftritt in der jimmy carvers schau enden wird gerade ebenfalls in roswell natürlich lassen sie es nicht nehmen in der filiale ihrer neuesten schallen lassen zu signieren und über ihre anstehenden zusammen mit klasse spielzeug berechnen in der es um die produktion einer reihe von sammelfähigkeiten geht was gut damit ich es lohnen oder automatische sicherheit granaten sind nützlich um mehrere gegner auf einmal auszuschalten für ablehnung zu sorgen oder zu räume zu leeren bleib außerhalb der reichweite der granate wenn der untergrund es erlaubt kannst du mit einer rollenden granate gegner hinter einer decklung ausschalten drücke rb um eine granate zu werfen oder drücke rb während du nach unten siehst um eine granate zu rollen so 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 Ich stelle den Tank mit einer Kranat Verlasse die Waffen in Kraft in die Kammer Ich stelle den Tank mit einer Kranat Untertitelung des ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Ei! Caroline, es tut weh. Meinen Sie mir Ihre Flügel? Die Steuerzentrale! Die ZDF, 2020 Schaut mich sofort irgendwo fest, so gut ihr könnt! Schaut mich, mein Freund! Drehen Sie ihn auf die Seite, Herr von Mattel! Sie sind auf die Seite! Wart auf, Max! Er ist da! Max! Max! Kommt jetzt! Wir sollten schnell untertauchen! Geschafft, Herr Blazkowitsch! Jetzt hören wir noch auf die Seite! Die Hammerfaust ist frei! Und ich gehe zurück zu unseren Leuten! Könnten Sie und Ihre Flügel noch etwas länger bei mir bleiben? Ich gehe zurück! Hier! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Beidwurf 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 Beid Grö Sasha Einfach alle Rauchenwolf, die edelsitzige, die sie jemals rauchen werden. Nur aus allerbesten Tabak, genießen den folgenden Geschmack, gönnen sie sich heute jeden Tag ein Päckchen. Qualität der sorgsten ausgewählten Tabak-Song wird sie vollends ins Verhalten. Wolf. Wolf. Wieb... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. Oh, Mann. Wo muss ich denn jetzt hin? Oh, Mann. 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 Wie kommt man da jetzt hoch, Mann? Immer die Scheiße da. Ach, da ist der Weg. Kann man einfach auch mal markieren. Och, Mann. Mann, wie oft soll ich jetzt noch hier rum? Wie komme ich denn hier raus? Einfach eine Markierung hier machen, Herrgott. Oh, Mann. Hey, was soll das denn? Was soll das denn? Ich weiß nicht, was ich jetzt sagen kann. Ich weiß nicht, was soll das denn? Mann, wie komme ich jetzt da hoch? Mann. Wo ist die scheiß Treppe jetzt? Immer, 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 immer so ein Schwab. Einfach mal käsen, wo man hoch muss. Und aus, nicht so ein Dreck. Das ist das, immer, immer... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Na, kann das auch mal weggehen. Ja, wie soll ich da hinkommen? Ach, plötzlich wird was angezeigt. Hätten wir auch vorher machen können. Aber naja. Die werden gleich wieder verrecken, ne? Ey, wenn wir Feuer anzeigen, ne.